Und abgesehen vom Namen haben wir jetzt aus diesem Firmware-League vielleicht noch das eine oder andere an Details rausgezogen bekommen. Und zwar zum Beispiel, was passiert mit den Öhrchen? Ja, also Öhrchen sind diese Aussparungen vom Status bei links und rechts oben und in der Mitte ist der Notch. Und dann beantwortet sich hier auch endlich, was mit der Uhr passiert. Sie rutscht nämlich nach links und rechts hast du Balken für Mobilfunk, für WLAN und die Batterie. Und es sieht wohl so aus, als könnte man auf die Uhrzeit tippen und dann kommt der Carrier. Und du kannst vielleicht auch rechts klicken oder tippen auf die Batterie und dann kannst du vielleicht weiterscrollen. Bluetooth habe ich auch noch oder solche Sachen. Also der Platz, den du da verlierst durch die Notch, der wird halt quasi weggescrollt. Und du musst nicht mehr den Carrier-Namen sehen, was eine total super Neuerung ist. Allein dafür lohnt es sich, dass du nicht mehr sehen musst, wie diese Firma heißt, die dich die ganze Zeit nur betrügt. Ja, also bei dir nicht. Na, aber der Name ist halt so verschwendeter Platz halt auch so ein bisschen. Ich meine, für die Carrier, das wird schon lustig. Also kann mir vorstellen, dass sie sich da ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Aber letztendlich, das ist ja keine Nutzerinformation. Das ist ja sogar bei den meisten Android-Telefonen nicht sichtbar. Ja, also man muss sagen, okay, wenn du so völlig in diesem Zweifelsfall hast, dass du in irgendeiner Grenze wohnst und das Netz wechselt, du hast aber nur in dem einen irgendwie günstigen Tarif und so, es mag da irgendwie Ausnahmefälle geben. Aber im Prinzip ist dieser ausgeschriebene Carrier-Name eine Nullinformation für den Nutzer. Du musst die Empfangsstärke vielleicht sehen. Selbst darüber lässt sich streiten, meines Erachtens. Aber gut, das wäre echt sehr positiv, wenn das nur eine zusätzliche Option wäre, die man anklicken kann. Aber die Standereinstellung einfach, wenn das nicht so ist. Eigentlich müsste man nur sehen, LTE, ja, nein. Also entweder wird LTE eingeblendet, das ist alles gut. Wie ich sage, Leo, die ganze Zeit. Bei 3G fange ich gar nicht erst an. Da wird nichts mehr gemacht. Aber Telefon ist kaputt. Geh nicht. Muss weg. Dann gibt es hier einen neuen Activity-Status-Indicator. Das ist so wie bei Kit, der nach links und rechts wandert, der irgendwie blinkt. Also so ein kleiner Punkt, der für ein Netzwerk blinkt. Und bei solchen Aktionen, die so ein unbestimmtes Ende haben, kann der auch so wie bei Kit nach links und rechts fahren und so ein bisschen pulsieren. Und dann, da ins linke Öhrchen kann auch dieser Backbutton zu einer vorherigen App irgendwie reinwandern. Also da wird schon ein bisschen Halligalli ist da auch schon los in den Öhrchen. Halligalli. Also ich meine, es ist halt nicht viel Platz da oben, ja. Also wenn du natürlich die ganze Mitte weg hast, dann muss das ja alles unter. Und ich meine, wir haben ja nur einen Bruchteil der Funktionen gerade erwähnt, die da oben eigentlich alle auftauchen können. Also ich meine, da eben Wecker-Eiken. VPN. Der natürlich, ja, VPN. Dann fängt es ja schon an groß zu werden. Dann gibt es ja noch den, natürlich den Orts-, also Standortdienste, natürlich prominent. Der ist ja mit drin auch jetzt auf der rechten Seite zum Beispiel. Den kannst du ja nicht einfach weglassen. Und da gibt es sicher noch, weiß nicht, eine Handvoll mehr an Zeug, die auftauchen. Genau, Airpods tauchen ja statt Bluetooth auf. Oder Bluetooth taucht ja da bis jetzt noch gar nicht irgendwie so richtig auf. Also mal schauen, wo du es halt eben unterkommst oder ob du dann wirklich wischt oder in irgendeiner Form halt dieses, diese Statusleiste halt verändern kannst. Durch Antippen. Also da ist natürlich, natürlich nochmal die Möglichkeit gegeben. Oder natürlich Zeug ins Kontrollzentrum zu verschieben. Zu sagen, okay, dann schau halt ins Kontrollzentrum. Weiß nicht. Ja, also ich meine, es ist auch okay. Also ich weiß nicht, wenn diese Statusleisten, das ist immer so eine Diskussion. Und ich glaube, da gibt es für beide Richtungen gibt es genug Gründe. Also ich meine, du kannst sicher, genauso wie mit dem Carrier-Namen, das ist so 90 Prozent ist sinnlos und in 10 Prozent der Fälle ist es halt extrem nützlich. Und das macht es dann halt schwierig, was du dann am Schluss machst. Also ich meine, irgendjemand fühlt sich gradiert auch da auf dem Schlipser durchgetreten. Je nachdem, welche Anzeigen dann da sind und welche halt nicht da sind. Es ist interessant, dass diese durchgängigen, farbigen Statusleisten so für Anrufe oder für Personal Hotspot oder Screen Recording halt dadurch sehr minimalistisch werden, wenn es denn wirklich so kommt, wie wir es jetzt gesehen haben. Einfach die Uhrzeit grün oder rot einfärfen. Ja, richtig. Das wäre auch total super, weil dann dieses Problem wegfällt, dass du diesen Balken reingeschoben bekommst, der die Apps kaputt macht, weil die da nicht richtig mit umgehen. Aktueller Stand ist, dass die Aussparung für die Notch, die Sensoren, dass die immer schwarz ist. Ist das jetzt der aktuelle Zustand? Weil die Dummies für den Hüllenhersteller, die haben alle die weiße Vorderseite gehabt. Ja gut, aber da hat einer auch nicht mitgedacht. Aber das war lustig, weil diese Information kam an einem Samstagabend, also vor 24 Stunden mehr oder weniger, auch aus den nächsten Kreisen. Aber die ging so ein bisschen unter. Ich finde die ganz entscheidend. Also wenn sie jetzt wirklich, also dass du auf jeden Fall eine schwarze Front bekommst, aber egal, welche Rückseitenfarbe du nimmst. Ja, oder wie Leo sagt, wenn man mitgedacht hätte, das Weiß sah schon wirklich sehr befremdlich aus. Ja, es ging jetzt eigentlich nicht mehr anders. Aber es ist halt trotzdem beeindruckend, weil ich meine, viele der jetzigen Geräte haben halt weiße Front und die werden ja gut gekauft. Also ich weiß nicht, was für einen Einfluss das irgendwie hat oder ob das Leuten auch einfach egal ist oder so. Ich finde es sehr spannend, dass es jetzt nur eine schwarze Front gibt. Und das würde ja auch zum Beispiel bedeuten, wenn es wieder ein rotes iPhone geben würde, dass es mit dem Schwarz wahrscheinlich sehr cool aussehen könnte. Es gibt ja keine Front mehr. Es gibt ja vielleicht einen kleinen Rahmen irgendwo an der Seite zwischen Metall und Glas. Und man weiß es nicht genau, weil so ein richtiges Marketingfoto ist immer noch nicht dabei. Ja, also es gibt, es gibt zwar neue Marketingshots irgendwie von, von neuer Variante von den AirPods, nachdem ich gerade welche von der alten Variante bestellt habe. Das, das macht nix. Das, glaube ich, auch. Da würde sogar ich sagen, das macht nix. Das macht nix. Also die müssen schon, ja, ein bisschen was macht es schon natürlich. Können die was Neues? Weil sie haben wohl eine neue Modellnummer, AirPods 1,2 sind das dann. Ja, schauen wir mal. Also ich meine, das Lämpchen, das Akkulämpchen von innen nach außen zu verlagern, ist sicher sinnvoll. Sagen wir es mal so. Ist es was, was essentiell ist und einen Neukauf rechtfertigt? Nein. Aber wer weiß. Also ich meine, vielleicht stellt sich Apple hin und erzählt auch irgendwas Fantastisches, was sie mit den AirPods selbst noch gemacht haben. Mag ja sein, dass sie irgendwas da auch verändert haben. Es kann aber auch sein, dass die absolut keine Erwähnung finden und einfach jetzt die neuen ausgeliefert werden. Und das war's. Ja, also das, ja, ich bin gespannt, ob sie was zu den AirPods erzählen oder nicht. Also geändert wurden sie definitiv. Irgendwas wurde auf jeden Fall geändert. Und sei es nur das Akkukästchen, was dann jetzt irgendwie eben seine Statuslampe außen hat. Also selbst wenn das das Einzige ist. Schauen wir mal.